1993 zu Gisela Böhlen mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann von Bremen nach Seefeld in die Gemeinde Staatland. Schnell fand sie sich in der Region zurecht, knüpfte Kontakte und organisierte ehrenamtlich kleinere Projekte, wie zum Beispiel eine Kinder-Uni oder einen Spieleparcours für Kinder. Auf einem Kongress zur Kinderarmut in der Wesermarsch trat Gisela Böhlen 2009 dann in Kontakt zur Rodenkircher Tafel und brachte sich kurz darauf mit einer neuen Idee ein. Und dann habe ich immer gedacht, hier bei unserem ÖPNV, wie kommen die Leute hin? Also gemeinhin haben normalerweise Sozialhilfeempfänger, haben kein Auto, eigentlich nicht. Und dann bin ich nach Hause gefahren und da kam so ein Schild von Holger Ortl, Politiker vom Bund. Und dann hatte der gerade Wahl und da schrieb er dann, nicht lang schnacken, anpacken. Und dann habe ich gesagt, ja du hast ja auch nur geschnackt. Ich habe da geschnackt, wie kommen die denn da hin? Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe ich diese Idee mit dem Tafel-Taxi gekriegt. Und dann habe ich gedacht, das muss ich irgendwie machen. Und dann habe ich das durchgezogen. Jeden Donnerstag fuhr die Rentnerin mit ihrem Auto zur Tafel, lud Kisten ein und brachte sie zu Bedürftigen nach Hause. Schnell fand die heute 68-Jährige eine Mitstreiterin, welche sie bei dieser ehrenamtlichen Tätigkeit unterstützte. Die Renate Stoi, die hat sich ja spontan dann zu mir gesellt und hat gesagt, wenn du das machst, mache ich mit. Und das war natürlich göttlich. Weil wenn ich mal ausfieh, dann konnte sie machen. Oder wenn wir beide ausfiehen, haben wir dann auch mal Bescheid gesagt, hier Seniorenpassfahrt, beide am gleichen Tag weg. Für Gisela Böhlen ging es nicht nur um das Versorgen der Bedürftigen mit Lebensmitteln, sondern auch um den regelmäßigen Kontakt zu den Menschen. Ja, das war dann die Geschichte mit den Bedürftigen, die unheimlich viel gegeben hat uns auch. Und wo wir manches Mal im Auto saßen, haben gesagt, es ist schön, dass wir Donnerstag immer hier fahren und mit den Leuten schnacken können. Und das gibt so ein gutes Gefühl. Also es gibt wirklich ein gutes Gefühl. Weil, also ich bin nun wirklich nicht heilig, aber das ist irgendwie ein gutes Gefühl, im Kleinen auch mal Menschen helfen zu können. Und das war eigentlich die Hauptaufgabe von meinen ehrenamtlichen Sachen. Die anderen waren immer so Spaßprojekte und auch total mit viel Arbeit verbunden. Und auch für Kinder meistens. Aber diese Geschichte mit der Tafel, die hat noch mehr noch fürs Herz gegeben. Mit den wachsenden Flüchtlingszahlen ging für Gisela Böhlen auch neue Herausforderungen während ihrer Tätigkeit einher. Dann wurde es ein bisschen schwieriger. Dann saß ich so manches Mal auf dem Boden mit Händen und Füßen und habe versucht, ihnen was zu verklickern. Aber es ging auch. Und dann hast du da die Familien kennengelernt. Das ist jetzt ganz aktuell, dass man die Familien innerhalb der letzten zwei Jahre so, wir haben ja die ersten gleich mitgekriegt, weil die wir alle zur Tafel kamen. Sonst hätte ich die ja nie kennengelernt. Wenn die überall in den Wohnungen so verteilt sind, lernt sie ja nicht kennen. Aber da die zur Tafel kamen, konnte ich mit denen Kontakt aufnehmen, schnacken, habe deren Kinder was besorgt oder Kleidung gebracht. Und das war schon mal ganz schön aufregend. Unter anderem aus gesundheitlichen Gründen übt Gisela Böhlen die ehrenamtliche Arbeit des Tafeltaxis mittlerweile nicht mehr aus. Doch ihr soziales Engagement hat nicht abgenommen. Sie hilft immer noch gerne wo und wann sie kann. Für ihre jahrelange ehrenamtliche Arbeit und Hilfe der Bedürftigen ist Gisela Böhlen unsere Startländerin des Jahres.